Vielen Dank, Herr Minister, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank auch an die Kollegin, die direkt vor mir sitzt, weil ich habe das Thema antimikrobielle Resistenzen, AMRs auch auf dem Thema. Da würde mir auch Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie das Thema angehen möchten, weil 33.000 Tote in der EU jedes Jahr sind einfach viel, viel zu viel. Ich möchte gerne auch das Thema in diesem Zusammenhang aber auch auf den Fleischkonsum und die Massentierhaltung lenken, weil viele Menschen in der EU nehmen halt Fleisch von Tieren zu sich, was einen richtig großen Antibiotika-Cocktail vorher zu sich genommen hat. Und da würde es mich besonders interessieren, welche Maßnahmen denn geplant sind, um die Bevölkerung aufzuklären, auch über die Gefahren des Fleischkonsums, die eben mit diesem massiven Gabe von Antibiotika verbunden sind. Ansonsten die Massentierhaltung zu reduzieren oder im besten Fall zu stoppen, könnte ja eine Maßnahme sein, diese dramatisch steigenden Zahlen etwas entgegenzusetzen. Und da würde mich interessieren, ob Sie dem auch zustimmen würden. Und ansonsten haben Sie ja vorhin im Zusammenhang bereits den One-Health-Ansatz erwähnt. Und da würde mich auch interessieren, welche Rolle das in der ungarischen Ratspräsidentschaft spielen soll. Vielen Dank.